Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Rätselvideo in Anführungsstrichen, denn es geht um die Quest ein Schatz für mich allein oder ein Schatz für mich ganz allein und hier steht den Aufzeichnungen der Schatzräuber zufolge gibt es wohl einen Schatz auf dem höchsten Punkt des Kujihangs und der Kujihang ist quasi hier unten irgendwo wenn ich das richtig im Kopf habe genau hier und der höchste Punkt wäre demnach entsprechend hier oben das heißt wir porten uns kurz hin und dann sehen wir uns gleich an dieser Stelle wieder wir sind hier angekommen und ihr seht auch hier noch mal auf der Karte der höchste Punkt am Kujihang befindet sich hier oben und dort seht ihr dann auch quasi direkt die Schaufel hier und wenn ihr dort einmal grabt bekommt ihr eine wertvolle Truhe und schon habt ihr die Quest abgeschlossen super simpel super easy für den einen oder anderen falls ihr vielleicht noch Probleme damit gehabt habt oder den höchsten Punkt nicht finden konntet das gehört noch dazu und so viel mal zu dem kurzen aber knappen Video bis dahin würde ich sagen sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder danke dass ihr euch die paar Sekunden hier angeschaut habt und dann würde ich sagen macht's gut bleibt auf jeden Fall gesund und Peace Peace